Ja, unser nächster Beitrag geht um vier Hasen. Und diese vier Hasen sind ganz besondere. Das sind nämlich große. Die haben jetzt ganz viel zu tun. Und was sie jetzt gerade machen, das erzählen wir jetzt. Wie siehst du aus, die anderen schreien ein rotes Ohr. Du bist ein Schwein, was um deinem Nasen wenig stört. Im Gegenteil, was tut er, hört. Er streicht in roter Farbe auf, sich seinen weichen Hasen baut. Nun auf einmal sieht es die Preise, das fett für Hasen. Der zweite Hase fasst sein Herz, sich schlecht, befett mit schwarz sein ganzes Fett. Der dritte Hase will zum Bunt, er tut so Rangstoffgelben rum. Der vierte Mal sieht blaue Strecken und dreht die Ohren schick zu schaffen. Er singt ein Lied aus von seinem Hals. Die anderen singen ebenso. Sie tanken schon im Ankenkreis. Und die meisten Eier bleiben weiß. Danke. ... ... ... Vielen Dank.